Hallo! Hallo! Wir kriegen nie eine gescheite Begrüßung geschissen. Ja, Leute, wir können endlich nach Krokotopia. Ja, und wir gehen jetzt dahin. So, Krokotopia. So, endlich mal was anderes. Oh ja. So. Talk to Sergent. 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 Yeah, ich habe eine Flasche bekommen. Du jetzt auch. Meine Quest ist weg. Ich gehe schon mal eben zu Finn. Wie, deine Quest ist weg. Hast du eine Quest? Ja. Talk. Ähm. Warte. Unicorn Way? Wie Unicorn Way? Talk to Private O'Doyle. Das. Hä? Ich habe auch keine Quest. Und wieso? Bekommen wir ja ein... Müssen wir mit jemand anderem sprechen noch? Ich weiß gar nicht. Hä? Musst du mir vielleicht mit da drin jemand sprechen? Was hat er denn gesagt? Ich weiß das nicht mehr. Ich auch nicht. Ne, der hat nichts. Na, mir steht, ich soll zu Diego, aber das ist ja die andere Quest. Genau. Oder hängt das zusammen... Warte, schau mal. Im Dialog rein. Von Diego. Ne, weil Ambrose ist das. Hier. Kolossal Trouble. Private O'Doyle. Da schickt Ambrose mich hin. Aber das ist doch auch nicht richtig, oder? Ja. Sollen wir mal in die Pyramide rein? Ich habe jetzt mal Questfinder eingeschaltet. Und wohin zeigt das? Ich soll da rein. Talk to Private in the Wingstone. Aber ob das richtig ist? Ich weiß nicht, weil dieser Questfinder zeigt ja auch Nebenquests an, ne? Ja, eben. Nö, der hat kein Ausrufezeichen, also kein Fragezeichen. Ne, ich muss hier. Aber eigentlich müssen wir doch zu dem da, ne? Ja. Hä? Was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Ne, ich geh jetzt nicht zu dem. Das ist ein Nebenquest. Oder müssen wir die Pet-Quest machen? Ne. Sollen wir einfach alle Quests machen von Ambrose? Aber die Pet-Quest müssen wir nicht machen. Ich nehme jetzt Talk to Private O'Doyle. Ich meine, wir sind auch nicht Level 10. Weißt du, was ich meine? Ach so. Sollen wir dann zu diesen O'Doyle gehen? Okay, dann gehen wir mal zu O'Doyle. Auf jeden Fall war es schön in Kokotopia. Und wieder zurück. Das war es dann auch schon mit Kokotopia? Weil wir haben uns so richtig gefreut, dass wir fertig sind. Oh, Mann. Dann war es das auch mit dem Thumbnail? Obwohl, vielleicht sind wir ja gleich Level 10 und können dann wieder zurückkommen. Ne, und dann können wir ja trotzdem... Ich habe nur noch ein Balken bis Level 10. Ich auch. Also schaffen wir das. Wir müssen zu Mindy. Mindy? Ich muss zu O'Doyle. Ja, da war ich jetzt gerade. Ach so, okay. Die Welt... Also dieses Gebiet hier ist auch eine Nebenquest? Oder... Ich blick gar nicht mehr durch. Nee, das Nebenquest brauchen wir gar nicht. Aber ich gehe jetzt direkt kurz in das Haus rein und hole mir meinen Abweiser. Das kann man erst mit Level 22 schätzen. Ach, scheiße. Boah, jetzt sind wir drei Schneemänner. Ey, ich brauche nur ein bisschen bis 10, ne? Ich mache die Pestquest, die müssen wir eh machen. Ich nehme... Ich rede einfach mit allen, dann bin ich doch irgendwann 10. So. Talk to Milo. Okay, ich gehe jetzt auch zur Pestquest. Okay. Wir können auch mit Diego sprechen, dann bekommen wir auch Erfahrungspunkte, ne? Genau, aber ich glaube, da müsst ihr auch so einen Übungskampf machen, oder? Ich kann das drauf. Ich auch nicht. Ist schon dieses Haus hier rein? Ich auch. Nee, erstmal muss ich da hin. Bei den Amerikanern ist gerade Nacht, ne? Ja. Ja. Und wir sind gerade auf so einer ruhigen Sphäre. Ist ganz cool eigentlich. Ja, schon auf der ersten Sphäre ist jetzt immer noch was los. Das Wizzard haben wir ganz für uns allein. Das Wizzard haben wir ganz für uns allein. Was? Boah, ey, wie viel man einfach reden muss. Oh ja. Ich bin immer noch nicht 10. Ich nehme das nächste an. Ich weiß nicht, warum. Jetzt muss ich diese Pulte hier lesen. Boah, mir fehlt nur so ein bisschen. Ja, ich gehe jetzt zu Diego. Oh, ich auch. Oh Mann. Oh Mann. Haben wir das auch schon mal erledigt? Ja. Okay, ich muss jetzt zu Merle. Zu Merle? Ja, ich glaube, ich muss da jetzt auch. Ja, ich muss da auch hin. Wir können nächstes Mal wieder in TS gehen, Skype rauscht wieder so blöd. Echt? Okay. Also, ich bin ja schon daran gewöhnt. Aber das habe ich auch, wenn ich mit Dominik und Sarah aufnehme, dass es rauscht. Ja, endlich, ey. Ich gehe jetzt zurück. Ich bin schnell ab. Warum? Haha. Oha. Aber ich habe ja noch mit Mindy gesprochen, ne? Wie viel EP brauche ich denn? Kannst du da einen Balken sehen da, oder? 62, oder? Nee, 52. Ich gucke jetzt erstmal in Kokotopia, ob ich da jetzt irgendwas bekomme. Ja, jetzt hat der Mann da hier vorne eine Quest. Echt jetzt? Ja. Okay. Also, ich glaube, ich mache jetzt einfach die Quest von Diego. Ja. Weil Mindy gibt mir nur 35 EP. Hm. Und der Typ hat hier auch noch einen, der Sergeant, Sergeant. Oh, welche muss ich denn jetzt machen? Ich mache lieber die, die jetzt dieser Sergeant mir gegeben hat, oder? Ich weiß es nicht. Ähm. Nimm einfach mal beides an, oder? Ich muss zu Professor Windtrop. Altar der Königer. Oder zu Zahn. Nee. Okay, aber der Typ will, dass ich dem helfe. Ich glaube, das ist neben Quest. Ich gehe jetzt... Ich warte auf dich. Okay. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo ein Thumbnail machen kann. Okay. Von der Pyramide? Ja, die Pyramide ist schön. Aber ich muss mich hier irgendwo... So, jetzt. Ich muss mich anders hinstellen. Haha. Oder hier. Hier ist gut. So. Druck. So, ich habe ein Thumbnail. Super. Und ich bin immer noch hier. Ich heu gleich. Ich gehe schon mal einen Käfer sammeln. Okay. Ich kann ja schon in- und auswendig hier. Oder auch nicht. Hä? War hier nicht immer einer? Ach, da. Da. Aber hier ist noch irgendwo einer. Aber hier ist noch irgendwo einer. Das war doch bei... So, ich habe es geschafft. Endlich. Echt? Echt? Die kann ich auch noch nicht aktivieren. Okay, dann erstmal nur einen. Aber wo ist denn hier... Ach, da. Oben ist auch noch einer. Aber da komme ich jetzt auch noch nicht hin. Okay. Dann nicht. Hast du jetzt diese Quest von Sergeant genommen oder von dem anderen? Sergeant Echt? Okay Talk to Professor Windchrop Endlich Obwohl hier wäre auch ganz cool, so ein Thumbnail, ne? Oh ja, sieht auch sehr schön aus Glaub ich mal hier auch nochmal eins Ein bisschen trödeln und so Das sieht doch cool aus hier, ich glaube ich ihm das Man sieht dich da hinten mit der Ente, das ist schön Bleib stehen Ist gut So Jetzt können wir weiter Mach schnell, stopp Leute, wir sehen uns gleich wieder Guck, jetzt ist es wieder weg, dieses Hängen-Dingens Ich finde das so komisch manchmal Das liegt bestimmt am Bandicam Bei mir geht es jetzt aber Hier ist noch ein Steinquader Die Stadt ist jetzt neu Oh, die haben Fossil bekommen Das sieht doch auch cool aus hier Ich könnte von Was ist denn da oben? Das ist noch eine Treppe So, ich stimme jetzt wieder auf So Leute, da sind wir wieder Hallo Hallo Also, ich bin ja die ganze Zeit da Genau Okay, gut, wir können weiter So, hier rein Hängt's? Nee, ne? Nee, jetzt ist es perfekt Hup Obelisk Ich sehe gerade, wir bekommen jetzt einen neuen Zauber Also mein Lehrer ruft mich Ah, Molinda ruft mich auch Dann können wir das ja in der nächsten Folge schön machen Ja Ja, Leute, heute ist nichts Besonderes passiert Ja In dieser Folge Hier ist Erz Ein Steinquader Ich sammle jetzt alles ein für die Handwerksquest Obwohl, ich habe ja mit Tod schon Handwerksquest gemacht Dann brauche ich das hier gar nicht mehr, oder? Ähm, aber trotzdem musst du ja bis Avalon die Handwerksquest machen Um deinen Weber herzustellen Ach, stimmt Ja Oh Mann Dann sammle ich doch lieber alles ein Hier ist noch ein Pilz Schattenpilz Deep Mushroom Oh, diese Rennerei wieder hier Oh ja Aber ich weiß nicht, ich finde die Musik von Krokotopia irgendwie entspannender Ja Als die von Visazoti Ich kann es nicht mehr hören, ey Ich auch Ich bin geschädigt davon Wie lange hast du denn schon jetzt aufgenommen? Achso, ich guck mal eben Ja, wir können jetzt hier auch wieder einen Stopp machen Okay Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute Ja, Leute, nächstes Mal sind wir ganz in Krokotopia Ja Ja gut, dann bis zum nächsten Folge Tschüss Tschüss